Und du lachst, das ist so lustig. Wie du einfach nur geschaut hast. Entschuldigung, dass ich schau. Was ich eigentlich sagen wollte, war wir kommen bei Dishonored, aber anscheinend WTF. Wir kommen bei WTF. Dishonored ist immer WTF. Dishonored ist immer WTF. Was ist mit WTF? Dishonored. Dishonored ist immer WTF? Ja. Nein. Du versteckst dich unter dem Tisch direkt vor den Typen und er sieht dich nicht. Oh ja. Wir wollten gerade zum Maskenball. Maskenball? Ja, zum Maskenball. Wir wollten irgendwen töten. Die Frau von irgendwen Wichtigen. Wollten wir die töten? Ich glaube schon. Ach ja, Alkoholiker-Hopi. Was? Ja, den haben wir besprochen mit Alkohol. Ach ja, und die ganzen nackten Frauen in der Folge. Was heißt die ganzen nackten Frauen? Wir wurden nur von ungefähr fünf verführt und haben eine im Bad bespannert. Nicht nur wir. Ja, und wir waren nicht die ganzen. Und Sammy verpasst ja alles. Sammy war komplett fertig, weil, wenn du dich erinnerst, er hat noch immer keine Lust. Der Maskenball der Boilsweh? Eine spaßige Sache. Aber nicht für jeden. Bereit? Ich glaube, er mag keine Bälle. Ich glaube, er mag es ein ganzes Leben nicht. Wir setzen uns unsere Maske auf. Wir können ja auch ohne die heranzoomen. Ah, stimmt. Andauernd. Andauernd. Nachtsicht erlaubt der Gegner auch dann im Blick was? Was ist Nachtsicht? Achso, der Eulenblick. Hut, hut. Oh, das war so schön. Ja, schon. Das werden wir voller, voller Leichen stapeln. Oder schlafen da Leute eigentlich. Wir töten niemanden. Wie lange liegt das noch? Das sagst du jedes Mal. Ja, mir kommt es manchmal so vor, als ob der Laderbildschirm das eigentliche Spiel ist. Was macht das hier alles mit Wasser dabei? Wie soll das? Der Lordrig entlegt sich für die Boils ins Zeug. Ich dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Korro. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Was? Das war's für heute und tschüss. Hat ich gerade echt Tallboys gesagt? Nein, Tallboys. Ach so. Oh mein Gott. Oh nein. Hupf. Die schleiche ich. Die redet hier so ganz gechillt, während der da oben wen abfetzt. Ich glaube, eine alte Frau, die sie Lumpengräfin nannten, lebte hier in der Gegend. Nur passend, dass eine Irre wie sie Lady Boyle als Nachbarin hatte. Oh Gott. Lady Boyle ist ein Grundirre. Wenn nur die Hälfte der Geschichten über die Boyle wahr ist, bekämen mich keine zehn Pferde auf dir anwesend. Was ist das mit den Boyle? Alter Boyle. Ah. Ich muss ja da drüber. Was mache ich hier? Das fängt super an. Der hat mich auf die falsche Seite gebracht. Nee, du kannst dich beamen. Ja, aber er hat mich auf die falsche Seite gebracht. Du musst da hin. Ich probiere es wie die ganzen anderen Menschen. Von dieser Seite. Alle die da niedergefetzt wurden. Vom Toyboy. Die heißen für uns jetzt Toyboys. Herz. Oh, gute Idee. Oh Gott. Oh mein Gott. Da, da, da. Warte mal, wir müssen ja Eta drüber. Was mache ich denn auf dieser Seite? Hey, da ist uns ganz in der Nähe. Nee, das ist glaube ich zu eng für Toyboys. Das klinge jetzt noch falscher als eigentlich beaufsichtigt ist. Tut mir leid. Wieso existiert jetzt das Spiel? Wieso existieren Toyboys? Das ist eine gute Frage. Wieso existieren so hohe Lampen? Ja, Entschuldigung, dass die Architekten sich nicht genau auf unsere Teleporthöhe bauen. Warum? Die beste Frage ist, warum will ich immer überall drauf? Hey. Lass mich auf dir stehen. Verdammter Baum. Der Baum verarscht mich. Oh Gott, wir haben Groot gefunden. Ich habe den Film nie gesehen. Es ist ein Baum, der sagt, dass er Groot ist. Was? Oh mein Gott. Toyboy. Die kann man gar nicht ausschalten, oder? Ich habe keine Ahnung, aber sie haben so komische Schwebewölkchen bei sich. Oh nein, dass er auch anfippt. Oh, es gibt Menschen. Bist du furchtbar? Wir haben gerade erst gestartet, da wird eh autosaved. Flutus nicht. Dann soll die hier drüben doch katolieren. Entschuldigung, der kann das nicht sein. Oh. Er schießt. Oh Gott, das sind alles diese Weiner. Warte, geht da echt ein ganz normaler Typ über einen Weiner vorbei? Das sind alles Weiner, und der Typ geht da drüben vorbei. Da ist Loot. Ich sehe es doch genau. Oh, da ist ein Haus. Ach so, wir sind im Haus. Gehen wir doch. Nein. Ohhhh. Sind das Weiner? Die kotzen nicht. Ja, was da ist. Einer ist raufgegangen. Haben die was gegen uns? Die einer sieht aus wie die Gräfin. Was gegen uns? Schau. Das ist die Gräfin. Das ist nicht die Gräfin. Haben wir Granaten? Ohhhh. Ahhhh. Du bist tot. Das ging sehr schnell. Die eine hat doch ausgesehen wie die Gräfin. Nicht die Lumpengräfin, sondern die Kaserin. Die Lumpengräfin? Die haben doch dasselbe gemacht wie die Kaserin. Das ist der urgute Start. Weißt du, ich dachte die sind nett, geh hin und werd gebissen. Und bin tot. Wieso ist es angespuckt und gebissen? Gleichzeitig. Na toll. Der Multi geht aus. Wenn man durch Spucke und einen Biss stirbt. Das ist wie ein Zombiefilm. Ein Biss und weg. Oder wie mit Schoko. Oder wie mit Schoko. Man beißt einmal rein und zieht es weg. Oder Pizza. Oder wie mit Pizza. Man beißt einmal rein und will mehr. Ja. Die ist immer so schnell leer. Warum wurde gespeichert wie ich ins Haus gegangen bin? Wie zur Hölle schaltest du die aus? Darfst du die ausschalten? Die vier können mir egal, da ist Loot. Darfst du die überhaupt ausschalten? Ich darf jeden und alles ausschalten. Ja, aber zählt das als Mord? Nur wenn ich töte. Komm. Wir gehen jetzt schneller voran. Als du alleine fahren gekommen wärst. Oh Gott, hier ist es unten noch nicht. Ist es nicht? Da unten stehen die vier Leute wache. Du gehst hier schlafen. Und wir schauen auf das Loch. Eigentlich kann hier nichts sein, weil wir haben uns keinen Eulenblick. Oh, schau. Goldlichkeit. Da könnten wir auch mal hinschauen. Aus geschäftlichen Gründen vielleicht. Schon wieder? Wie hab ich das von dieser Seite geöffnet? Wollen wir hier noch? Oh Mann, wie der da liegt. Ah, Federn. Nehmen wir. Was haben wir da drüben? Oh, da ist auch ein Raum. Ich weiß nicht mal, mit welchem Raum ich anfangen soll. Da ist eine Münze. Die ist draußen. Geld, Geld, Geld. Woher brauche ich eigentlich das Geld? Oh, wer in Tirona? Ein Knochenartefakt. Ein Knochenartefakt. Ein Knochenartefakt. Ein Knochenartefakt. Ein Knochenartefakt. Und noch eine Tür. Oh ja. Warum schau ich noch mal durch? Dort drüber müssen wir. Das heißt, ich muss eh wieder über die Brücke, weil auf der anderen Seite der Brücke war urviel. Oh, ein Aprikosentertchen. Und ein hübsches Bildchen. Was sind noch meine Aprikosen? Nicht die kleinen Orangen. Pfirsiche, glaube ich. Oder Marillen. Oder was? Neutrales Gebiet erreicht. Versuche unterzutauchen. Oh, ich bin am Boyle anwesend. Ach, verdammt. Okay, eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Aber wir wollen hier eh noch nicht hin. Schau, im anderen Haus drüben ist ja auch noch was. Ach so, warte, das wird was rauszuhalten. Wir sind von Anfang an in die falsche Richtung gegangen. Geht das auf? Natürlich. Und nehmen. Du kannst es nehmen. Theoretisch zumindest. Ja gut, dann gehen wir wieder. Hüpf, hüpf, hüpf. Komische Hütte. Hüe. Äh. Ich komme mit der Kamera gerade nicht zurecht. Oh Gott, nicht auf die Leute. Werden die schon da unten? Werden die schon da unten? Ich taue mich aber nicht da runter. Da muss ich vorsichtig sein. Ja. Ich muss da... So. Und jetzt muss ich wieder mal aufpassen, weil da... Der Typ hat einen Schlüssel. Ich habe ihn doch gerade gesehen. Nein, der hatte nichts. Da hinten geht er. Oh, da geht er. Wie in der Hölle killt das Ding? Jeden. Jeden, der irgend so nahe kommt. Außer andere Wachen. Andere Wachen sind nicht. Hä? Achso, Fische. Sammy? Der ist da. Ähm. Der... Sammy, du Arsch! Der hat uns verlassen. Der hat uns ganz allein gelassen. Der ist echt fertig mit dem Scheiß. Der hat uns zum Sterben ausgezogen. Echt ein guter Freund, dieser Sammy. Ähm. Oh, hallo? Oh, wo ist es? Der geht und was? Die haben mit Toyboy gespielt. Oh Gott. So. Wie ist das Kälte? Und Ratte. Aber eine Münze. Hallo? Wie hier nicht mal mehr richtig Wachen sind oder irgendwas sagen. Irgendwie komisch. Was, du kannst... Achso, ich dachte schon, da redet jemand. Aber war das nur die Nachricht, dass ich das nicht tragen kann. Silke, das ist für dir. Da ist Licht, sehen wir, dass ich da hin will. Ja, du willst hier überall hin. Wo sind die Sachen? Alle dort hinten. In knapp 80, in keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Und in 150, oh mein Gott. Kann ich das da machen? Ich hab keine Ahnung, ob der Fernseher im Arsch ist oder ob das Explodieren so komisch klingt. Was ist das Explodieren? Wenn der Fernseher im Arsch wäre, wäre auf einmal das Bild weg. Oh Gott, wie der Bild. Oh Gott. Mir ist zum ersten Mal gerade aufgefallen, dass es im Herz flimmert, wenn wir wo hinschauen. Mit Zahnrädern und so. Das ist mir noch nie aufgefallen davor. Nein, nicht, dass ich richtig verfeuille. Wenn einfach gar nichts funktioniert. Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh, hallo! Menschen, endlich! Er hat Loot, er hat Loot! Und ein Abfalleimer, endlich! Dieser Ort macht mir Angst. Hat hier nicht die Lumpengräfin gewohnt? Wer? Die verrückte alte Damen? Man sagt, sie sei eine Edelfrau gewesen, bis ihre komplette Familie starb. Ich habe sie an den Outsider verkauft. Man sagt auch, mach deinen verdammten Job. Ich passe auf unheimliche alte Damen auf. Ja, sowas sagt man. Das ist keine Explosion, das ist Feuerwerk. Ich speichere, bevor ich da raufgehe. Von der Feuer? Ja, schau mal da nach hinten. Das sind Explosionen, das sind eindeutige Explosionen und Gewehrschüsse. Das ist eine Stimme von mir. Ich bin eine Belehrge. Ich bin ein Arzt auf. Ich weiß nicht, aber ich bin ein Arzt über das Wasser, hier bin ich ein Arzt über. Vielen Dank.